Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem nächsten Video der Videoreihe Einstellungstests dieses Mal mit Wortbeziehungen diese Aufgaben werden auch sehr gerne in Tests abgefragt ihr seht es hier schon, ihr habt einmal das Verhältnis Tisch und Blumentopf und ihr sollt dann sagen, ok, welches Wort verhält sich zu Hut wie Tisch zu Blumentopf pausiert das mal, probiert und ich löse das dann gleich pausiert mal so, das war noch recht leicht zum Reinkommen der Tisch verhält sich zum Blumentopf wie der Mensch zum Hut also den Blumentopf stellt man normalerweise auf den Tisch deswegen ist der Hut auch auf den Menschen alle anderen Begriffe hätten hier in dem Fall keinen Sinn ergeben hier haben wir mal die nächste Aufgabe, probiert das mal und pausiert so, welches Getränk verhält sich zu Tee wie Bier zu Kaffee? weint sich sogar, ne also Bier ist kalt und hat Kohlensäure Kaffee ist heiß und hat keine Kohlensäure und wenn wir mal unten den Tee anschauen, ist der Tee auch heiß und hat auch keine Kohlensäure das heißt auf der anderen Seite müsste ein Getränk stehen, das normalerweise kalt serviert ist und auch eine Kohlensäure hat gut, Eis ist es nicht, Wasser ist es nicht, Milch ist es nicht, muss Cola sein nächste Aufgabe, die hat es in sich, die ist wirklich sehr komplex probiert das mal, wenn ihr das nicht schafft, gar kein Problem, ich erkläre es gleich pausiert mal so, Hund zu Elefant, da könnte man denken, ja Hund, kleines Landtier, Elefant, großes Landtier wenn da ein Hai ist, dann muss da irgendwie ein kleines Tier vom Wasser sein, ne das heißt entweder Delfin, ok, Wal ist vielleicht zu groß es ist aber das Nashorn wieso, weshalb, warum der Hund ist Fleischfresser, der Elefant ist Vegetarier der Hai ist Fleischfresser und da muss auf der anderen Seite das Nashorn kommen, weil das Nashorn Vegetarier ist ja, es ist wirklich, diese Aufgabe ist wirklich sehr komplex das Verhältnis hier herauszufinden ist wirklich schwierig aber wenn man so ein paar mal solche Aufgaben durchgegangen ist dann hat man so ein paar Muster oder weiß, worauf man achten kann dann fällt man vielleicht auf die ein oder andere Falle weniger rein deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr diese Aufgaben auch mal macht und selbstständig übt denn nur Übung macht den Meister also meine Lieben, bis zum nächsten Video, bleibt dran und ciao, ciao